Start up and sit down! Ich zeige, quasi von Anfänger zu Anfänger, welche Champions ihr definitiv farmen solltet, weil es gibt ein paar Champions, die farmbar sind über die Kampagne, die richtig gut sind und gerade wenn ihr auch so ein Pech habt, was das Ziehen von Kristallen angeht und den Champions, die da halt rauskommen, sind die eine ungemeine Hilfe beim Fortschritt. Gut, aber fangen wir erstmal mit dem Review an, was hat sich geändert? Wir haben mittlerweile Level 28, brauchen also nicht mehr ganz so viel, um endlich die Schmiede freizuschalten, damit wir uns auch Ausrüstung machen können und die Schmiede ist awesome, gerade für neue Spieler wird das eine sehr große Hilfe sein, um an gute Ausrüstung zu kommen und ja, da freue ich mich schon drauf. Wie gesagt, Level 28, ich habe ein bisschen Pech gehabt, also gerade was die Kampagne angeht, ich habe sehr, 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 sehr viel Energie investiert, um Warmaiden zu bekommen, ich habe sie einfach nicht erhalten, deswegen ist der Progress, was die Quest angeht, gerade bei Stage 10. Ich werde da aber jetzt definitiv erstmal weitermachen, um zu schauen, dass ich am Ende den Diamant rausbekomme, weil, boah, ich habe bestimmt 300, 400 Energie jetzt reingeballert, in das Ödland, als auch in den Ball von Dornhelm, in der Hoffnung auf Spiritos. Es ist einfach nichts bei rumgekommen. Die Sache ist natürlich, auf der einen Seite habe ich aber dadurch auch Champions leveln können, wodurch ich einige auf 40, einige auf 30 habe und auch mein Futter habe ich halt ein bisschen mitleveln können. Und das ist halt so dieser positive Effekt bei diesem Farmen gewesen. Ich habe auch Splitter aufgemacht im letzten Stream, ein blauer und ich glaube 50 grüne und habe halt zwei neue Champions bekommen, die ich einmal mit euch durchgehen möchte. Der eine wäre der Wächter und der wird auf jeden Fall eine Hilfe sein, wenn es darum geht, endlich bei Fire Knight weiterzukommen, also bei dem Feuerritter, weil den habe ich bis dato nicht schaffen können. Ähm, seine Besonderheit halt, er ist halt ein HP-Champion, ähm, seine erste Fähigkeit ist halt 50% Chance, die Laufzeit aller gegnerischen Bust zu senken. Was ein sehr guter Skill ist, gerade wenn du jemanden hast, der viel Schaden macht, wenn der noch eine Schadenserhöhung bekommt von zwei Runden und dieser hier trifft, hat er halt eine 50% Chance, dass er diesen Schadenswaffe nur noch eine Runde hat, statt zwei. Und das ist gerade in der Arena, könnte das halt eine Hilfe sein oder halt auch, ähm, bei Bossen, wenn die halt, ja, irgendwelche Buffs haben, diese halt in der Rundenzeit zu halbieren. Donnerblitz, das ist halt die Attacke, wo ich halt am meisten drauf setze, er greift halt viermal zufällig an. Und gerade beim Feuerritter, der ja alleine ist, wo du erstmal dieses Schild runterkloppen musst, macht er alle 400 Attacken natürlich auf diesen Boss und von diesen 10 Treffern, die du auf dem Schild brauchst, macht er alleine schon mal 4 Treffer runter. Und das wird mir definitiv weiterhelfen. Äh, zudem hat er noch einen Block von Buffs, äh, wobei ich gerade nicht sicher bin, ob man den auf einen Boss draufbringen kann. Aber mir geht's halt hauptsächlich um diese Fähigkeit. Und er hat halt noch den Vorteil, dass sein Schaden durch Lebenspunkte kommt. Und er hat schon, äh, von seiner Basis her eine sehr hohe Anzahl an Lebenspunkten, ähm, so dass er auch ein bisschen was raushauen kann. Ähm, von daher bin ich nicht ganz unglücklich über ihn. Zudem gibt er sich halt selbst noch diese, äh, Buffs, äh, die auch nicht verkehrt sind. Wenn du ihn als Tank benutzt, hält er also einiges aus und kann auch noch hart zuschlagen. Von daher war auf jeden Fall nicht verkehrt, den zu bekommen. Ähm, zeitgleich habe ich halt aus den grünen Splittern noch ihn hier, ne, beziehungsweise er war aus dem blauen, er war aus dem grünen. Äh, habe ich noch ihn bekommen. Und bei ihm ist es halt so, bin ich nicht ganz unglücklich drüber. Zum einen, weil er ein Dunkelelf ist. Und dadurch, dass ich halt Kael nicht als Starter hab, äh, kann der mir definitiv helfen, dann schon mal am Anfang die ersten Glüfen zu bekommen. Er hat halt die rote Affinität, die fehlte mir noch, um meinem Team ein bisschen mehr Flexibilität zu geben. Und er ist halt, äh, nicht schlecht. Ähm, wobei er jetzt natürlich kein, äh, Schadenschampion ist, sondern Supporter. Aber das, was er supportet, ist halt sehr gut. Er hat zum Beispiel dieses Blockebabs auf seiner A1, was ungemein wichtig ist. Ähm, was aber natürlich auch bedeutet, dass wir ihm natürlich Genauigkeit geben müssen. Aber gerade in der Arena macht das einiges aus, ähm, da ich da auch nur ein bisschen schwanke durch mein, ja, durch mein Setup, was jetzt nicht ideal ist. Aber er kann halt dafür sorgen, mit seiner A1, also seiner Standardattacke, dass sich die Gegner nicht buffen können. Und das ist immens wichtig. Wichtiger ist mir aber seine A2, ne, er greift halt einen Gegner an und stiehlt zwei zufällige Bust zum Ziel. Und das ist, das hat mich schon so oft den Hintern gerettet mittlerweile, dass ich mich dann entschieden habe, ihn auf 40 zu bringen und mit dem Wächter noch ein bisschen zu warten, ähm, weil ich ihn hier auch in der Arena-Boot einsetzen kann. Ähm, zudem macht er halt Schaden über Angriff. Das heißt, ähm, wenn ich diese Buffs stehle, ich treffe auf, äh, einen blauen Gegner, was häufig in der Arena ist, stehle ich ihm die Buffs und kann ihn kritisch treffen, sodass er jetzt auch schon 4000, 5000 Schaden gemacht hat, ähm, was, der höchste Treffer bisher war in der Arena nach Tag 3. Und er war auch ungemein hilfreich, was den Clan-Boss bisher angeht. Zudem hat er noch eine Heilfähigkeit, die auch okayisch ist. Das Problem hier ist ja immer hauptsächlich die Runden, er braucht, also er kann nur alle fünf Runden einmal heilen, ähm, aber dann, das macht er dann ordentlich und er hat halt noch eine Aura, ähm, die für alle Dungeons gilt. Ähm, und deswegen so all around habe ich ihn besser eingestuft als den Wächter. Deshalb versuche ich ihn jetzt gerade auf Level 40 zu bringen. Dann habe ich von einem Mitspieler den Tipp bekommen, äh, dass ich Schildwächter pimpen soll, gerade wenn man Pech hat, was, äh, seine Draws angeht, aus den Kristallen, ist er eine ungemeine Hilfe. Und ich habe es absolut übersehen. Äh, zum einen ist er natürlich ein ungewöhnlicher, ähm, da schaust du ja gerne drüber weg, gerade wenn es um das Füttern von den seltenen Helden geht. Aber, nachdem mir dann mein Kollege das gesagt hat, habe ich mir Videos von ihm angeguckt und ich bin fasziniert. Ähm, er hat halt nur zwei Fähigkeiten und braucht nicht viele Bücher. Und diese Bücher bekommt er dadurch, dass man ihn ja selbst als Buch verwenden kann. Und den bekommst du wirklich häufig. Du bekommst ihn immer aus Splittern, wenn du die ziehst, du kannst ihn farmen, du kannst ihn kaufen über dem Marktplatz. Das heißt, du kannst ihn sehr schnell booken. Die erste Fähigkeit ist okay, er gibt halt einen Geschwindigkeitsverringerer, halt einen kleinen, ähm, was natürlich den Gegner daran hindert, den nächsten Zug zu machen, was absolut okay ist. Wichtiger ist aber seine Kampfhaltung. Und ich hatte auch die Fähigkeit im Stream gelesen und hatte mir gedacht, ja, okay, hört sich jetzt nicht so dolle an. Aber, dadurch, dass er ein Defensiv-Champion ist und wenn du ihn in Defensiv dir packst, er braucht halt keine großen anderen Werte. Er braucht nicht groß Speeds, er braucht nicht groß, ähm, Genauigkeit oder sonst irgendwas. Er braucht nur Defense, Crit-Damage, Crit-Quote. Am besten Crit-Damage auf 100%. Und dann, er hat ja auf jeden Fall jede Runde, geht ja seinen Turn-Mit oder seinen Rundmeter hoch. Und mit jedem Mal, wo er hier trifft, und das geht halt alle drei Runden, wenn du den komplett bookst, kriegt er nochmal 20% bei einem kritischen Treffer. Das heißt, er hat teilweise zwei Angriffe hintereinander. Und dadurch, dass er seinen Schaden durch Defensive macht und, ähm, wenn ihr die Defensive pimpt, haut er ordentlich zu. Das heißt, er geht teilweise in jedem Kampf, ähm, drei, vier Mal, wo die ganzen Champions normalerweise zweimal gehen, haut er nochmal zwei Extra-Angriffe raus. Dadurch, dass er kritisch trifft, seinen Turn-Mit oder hochreißt und dann direkt nochmal gehen darf. Er macht auch dadurch ungemein Schaden und ich hab halt Videos gesehen im Vergleich mit Kael und mit Ethel. Und er war in dem Farming-Bereich schneller wie die Starter-Champions in einem ordentlichen Gear. Und er hat noch niemals die komplette Mastery gehabt. Du musst ihnen nicht komplett, äh, die Mastery verpassen. Du brauchst nur ungefähr bis zur Hälfte in den Fähigkeiten gehen, ähm, dann dann natürlich in dem Def-Bereich. Und, äh, in die Attacke, aber nur bis Level 3, ne, also bis Tier 3, beziehungsweise man kann bis Tier 4 gehen. Und das reicht schon, um, äh, ja, ihn voll auf seine Kosten zu bringen, was die Attacken geht. Und deswegen auf jeden Fall ein Tipp, solltet ihr genauso Pech haben wie ich, was die Shards angeht und das Ziehen von Helden. Haltet ihn fest, baut ihn auf, zumindest auf 30, 40, sodass ihr ihn erstmal benutzen könnt. Und wenn ihr dann immer noch Ressourcen habt, den auf jeden Fall auch fertig zu machen, kann auf jeden Fall nicht schaden. Ansonsten habe ich, wie gesagt, nichts Tolles bekommen. Amiga war jetzt dabei, der wird uns auf jeden Fall im Mid-Game weiterhelfen, ähm, den auch nicht verfüttern. Der ist jetzt gerade bei mir in Sparring drin, den level ich halt nebenbei. Äh, ansonsten hat sich leider progressmäßig nicht viel getan. Ähm, bei den Dungeons ist es so, hier habe ich bis auf den Void, ähm, alle auf Level 5. Der ist im Moment Level 4, ähm, beim Ice Golem habe ich bisher versagt. Ja, ich habe halt zwei Abschnitte schaffen können, bei dem dritten hänge ich gerade etwas. Den habe ich noch gar nicht gemacht, nur einmal für die Quest, weil Masteries sind mir im Moment jetzt nicht so wichtig. Weil Masteries zu leveln ist sehr ressourcenintensiv. Weil, ähm, wenn du keinen Champions hast, die ihre Mastery fertig haben, und du gehst mit wirklich komplett fünf Champions rein, verteilt er die, die Schriftrollen immer auf diese Helden. Das heißt, du kommst nicht gescheit dazu, einen Helden seine Mastery voll zu machen, weil du, ähm, nicht immer genug Scrolls per Run bekommst für einen Helden. Es sei denn natürlich, du schaffst es entweder mit einem vollgeskillten Helden und den, den du halt gerne die Fertigkeiten fertig machen willst, äh, da durchzurennen. Oder du hast halt mehr Champions, die bereits ihre Mastery fertig haben, sodass du den dann als Filler mit reinpacken kannst. Aber soweit sind wir halt noch lange nicht, deswegen habe ich ihn erstmal ignoriert. Äh, spinne genau das Gleiche, absolut am Versagen at the moment. Ähm, ich habe Abschnitt 1 geschafft mit Ach und Krach. Abschnitt 2 ist mit den Champions, die ich aktuell habe, ähm, nicht möglich. Drache bin ich ein bisschen weitergekommen, der ist aber auch der einfachste von allen, muss man dazu sagen. Da bin ich aktuell bei Abschnitt, Abschnitt 6. Und den habe ich eine Weile sehr viel gefarmt. Und da habe ich dann über, äh, BlueStack halt, wie gesagt, mein Makro gemacht. Habe den dann einfach laufen lassen. Habe, glaube ich, 200 Energie reingemacht, um halt mein Lebensraub-Set voll zu bekommen und Genauigkeit- und Geschwindigkeits-Set zu bekommen. Habe da auch ein bisschen Pech gehabt, weil gerade Lebensraub benötigt halt vier Teile. Das hat in der Regel nicht geklappt, dass ich da wirklich ein komplettes Set bekommen habe. Und auch hier war es dann halt immer so, dass ich vielleicht eine Genauigkeit bekommen habe, ein Speed und dann auch von allen anderen, die ja unersterlich Rache betäuben, die mir gerade am Anfang erstmal nicht helfen, vor allem, weil es halt auch vier Teile-Sets sind. Aber ja, hier sind wir bei Abschnitt 6. Da geht es auch dann demnächst weiter. Und beim Feuerritter, wie gesagt, habe ich das ja auch komplett versagt, weil ich, äh, nicht geschafft habe, das Schild runterzuhauen mit den Champions, die ich hatte. Das wird sich durch den Wächter jetzt ändern. Ähm, zudem ist der Wächter grüne Affinität. Das heißt, Abschnitt 1 sollte eigentlich gar kein Problem mehr sein. Wir werden es vielleicht gleich auch nochmal starten und schauen uns das genauer an. Gehen wir einmal in die Arena. Da habe ich es, wie gesagt, geschafft, auf Bronze 2 zu kommen. Bin aber runtergefallen, weil, ähm, kurz vor der Abrechnung, also du hast immer eine Woche, dann wird abgerechnet, dann wird entschieden, kommst du halt in den nächsten Tierbereich oder fällst du halt runter. Da geben die Leute nochmal richtig Gas. Und dadurch, dass ich nicht mithalten konnte, bin ich quasi wieder runtergefallen. Ich habe ein paar gute Gegenstände bekommen, die ich, äh, auf jeden Fall einsetzen kann. Aber auch hier sieht es im Moment so aus, dass ich mich wirklich schwer tue mit meinen Champions. Allein weil halt in diesem Bracket, und ich verstehe nicht warum, zum Beispiel schon legendäre Helden sind, gegen die ich auf jeden Fall abstinke nach Tag 3. Ähm, hier sieht man auch, das sind Helden, die du nach einer Woche bekommst. Das ist dann auch nochmal ein epischer Held, den er zufällig gezogen hat. Da sehe ich auch kein Land. Hier genau das Gleiche. Das heißt, ich denke, wenn ich Warmaiden nicht bekommen sollte, äh, wenn ich Spirit Host nicht schaffen sollte, und auch allgemein kein Glück habe, muss ich wirklich diese sieben Tage abwarten, bis ich dann auch ihn und sie bekomme, damit ich zumindest halbwegs mithalten kann. Was mich besonders ärgert, weil man 50, äh, Medaillen benötigt, um einen Bonus freizustellen, oder den ersten Bonus in der großen Halle. Diese große Halle ist halt immens wichtig, weil sie permanente, permanente Stutterhöhungen geben. Ja, das heißt, allein hier, ähm, bekomme ich 1% Boni auf LP, Angriff, Dev, und Genauigkeit. Und die sind permanent, steigern die halt deine Base-Stat. Und deswegen ist es halt wirklich wichtig, dass man, ähm, hier die Punkte auch investiert, zu denen ich auch eine Quest erst fertig bekomme. Wenn ich meinen ersten Punkt gesetzt habe, dafür brauche ich halt 50. Und das ist ein Haufen Arbeit. Aber so haben wir wenigstens was zu tun. Und ja, wir müssen unsere Teams weiter aufbauen, und dann kriegen wir auch das geschafft. Gehen wir nochmal kurz in den Clan-Boss. Da habe ich es mittlerweile geschafft, ähm, über zwei Schlüssel zumindest 440.000 Schaden zu machen. Mit dieser Kombo komme ich halt auf 200.000. Und das bringt mich auf jeden Fall weiter. Äh, wenn ich bedenke, am Tag 2 ohne Mystic Hand und ohne Berserker, habe ich gerade mal 10.000 Schaden gemacht, wenn überhaupt. Und das ist dann schon ein ganz schöner Sprung. Wenn er jetzt hier noch ausgelevelt ist, ähm, gibt mir das auch nochmal, äh, ein bisschen Points nach oben. Das heißt, wir machen auf jeden Fall Progress, was den Clan-Boss angeht. Das Problem ist natürlich, ich habe nicht zwingend Clan-Boss-Champions hier drin, ne. Ähm, ich sag mal, bis auf Easel, die du auf jeden Fall verwenden kannst, sind die nicht optional oder optimal für einen Clan-Boss. Können natürlich unterstützend sein, aber, ähm, da müssen wir auf jeden Fall auch nochmal an unserer Komposition arbeiten, dass wir eine bessere Team-Synergie bekommen. Ähnlich wie bei dem Team hier oben. Warmaiden ist farmbar, äh, Valerie ist farmbar, der ist fusionierbar. Und, ähm, ja, Starter-Champion, und den kriegst du ja auch am Anfang. Und wie man sieht, es ist nicht so schwer, ein gutes Team zu bekommen, schon am Anfang, äh, und dann auf seine 2 Millionen Schaden zu kommen, so dass man dann auch wirklich die letzte Kiste bekommt. Und, ähm, da arbeiten wir natürlich auch dran. Und, ja, das ist der aktuelle Progress. Ich weiß, da ist noch ein bisschen was zu tun. Ähm, es macht mir aber unheimlich viel Spaß, diesen Account zu spielen. Das hätte ich selber nicht gedacht. Und ich bleib' da auf jeden Fall dran. Abschließend möchte ich euch gern noch Tipps geben, wo ihr Champions farmen könnt, wenn ihr genauso ein Pech habt wie ich. Und ich hoffe, ihr habt mehr Glück bei eurem Farmen. Ähm, wie gesagt, ich bin hier noch nicht komplett durch, weil in den heiligen Hallen gibt's auch noch einen Champion, der wirklich verdammt gut ist. Da gucken wir gleich nochmal über den Index. Aber auf jeden Fall, ganz klar, die Nummer 1 ist halt War Maiden. Die findet ihr im Ödland. Ähm, die kann man in jeder Questreihe irgendwie finden, als zufällige Belohnung. Ähm, was man machen kann, ist jede Questreihe vielleicht mal durchzocken. Ähm, gucken, dass man halt auch gute Ausrüstung bekommt, um dann vielleicht ein Vernichtenset zusammenzustellen. Ähm, die meisten machen es so, dass sie Abschnitt 3 farmen, weil du für das Schild im Vergleich zu den anderen Items mehr Silber bekommst, wenn du es verkaufst. Das ist auf jeden Fall die Nummer 1. Danach kommt für mich leider der Held, der jetzt hier drunter versteckt ist. Und ich schau mal, ob ich sie direkt im Index finde. Ähm, ich glaub, sie war eine Dämonie. Hier ist er. Und zwar ist das Diabolist. Und das ist halt ein Champion, der euer Team verschnellen kann. So, dass ihr, ähm, mehr Züge machen könnt als der Gegner. Was natürlich immens wichtig ist, egal ob Arena, egal ob beim Clan-Boss, egal in der Kampagne. Ähm, das hilft euch überall weiter. Ähm, das heißt, sie ist halt ein wirklich sehr guter Allrounder. Zudem kann sie halt immer einen Gegner, äh, aus dem Kampf nehmen. Über den Schlaf. 10% sind natürlich nicht viel. Und selbst wenn man sie komplett bookt, kommt ihr auf 20%. Und es ist halt nur ein Gegner. Aber nichtsdestotrotz ist das natürlich eine tolle Fähigkeit, äh, die man da auch nicht außer Acht lassen sollte. Entscheidend ist aber halt dieser Elektrosturm, wie gesagt, weil das halt die komplette Truppe, äh, ja, aufwertet in der Geschwindigkeit. Dann füllt sie auch das Rundmeter aller Verbündeten, was auch sehr, sehr cool ist. Das heißt, auch da macht sie die Leute schneller, dass sie schneller ihre Züge machen können. Und verringert auch noch den der Gegner. Das heißt, allein durch diese beiden Fähigkeiten ist sie ein verdammt guter Allround-Champion, den man farmen kann. Meine Nummer 3. Und da solltet ihr auch auf jeden Fall versuchen, ähm, zu schauen, dass ihr sie bekommt, wäre, ähm, Spirit Host oder halt im deutschen Medium, äh, auch ein fantastischer Allround-Champion, der vor allem wichtig ist, weil ich hatte ja ganz am Anfang schon mal gesagt, am Tag 1, der wichtigste Wert ist Geschwindigkeit im Spielen. Und der gibt euch eine Aura, der automatisch in jedem Kampf von Anfang an eure Geschwindigkeit um 10% erhöht, für jeden Champion, der halt in dem Team zusammen mit ihr ist. Sie muss dafür natürlich dann als Erster drin sein, also euer Captain sein, damit, äh, diese Aura auch aktiviert wird. Und gerade in der Arena, wenn ihr die Option habt, als erstes eure Züge zu machen und nicht nur euer Starter-Champion, sondern euer gesamtes Team, wird euch das definitiv nach vorne bringen. Die anderen Fähigkeiten sind natürlich auch nicht, äh, nicht schlecht, ne, wie gesagt, hier greift er einen Gegner an und heilt sich 50% des angerichteten Schadens und, ähm, ja, es ist halt nur ein Gegner, aber wenn du sie buckst und wie gesagt, sie ist halt farmbar, kommst du nochmal zusätzlich auf 25% mehr Schaden, wodurch sie sich selber auch, ähm, ordentlich heilen kann, um dadurch am Leben zu bleiben. Aber der Angriff ist halt bei ihr nicht der Hauptwert und der, die Attacke basiert halt auf Angriff, von daher, ähm, rechne ich eher nicht damit, dass sie sich selbst am Leben halten kann. Mir geht es also wirklich um die Geschwindigkeit. Zudem gibt es halt den Angriffssteigerer und, ähm, alle drei Runden gebuckt. Hier muss man also wirklich nur, ähm, ein Buch reinsetzen und wenn ihr sie auf drei Sterne gebracht habt, kriegt ihr den besseren Buff, ne, das heißt, sie erhöht auch noch die Angriffe und Attacken aller eurer Verbündeten, ähm, ungemein wichtig, auch in der Arena oder in der Kampagne. Und das ist ja auch das, was sie halt genauso wichtig macht, wie zum Beispiel Warmaiden, ähm, oder Diabolist, dass dieses gesamte Paket, man sie überall einsetzen kann, solange man halt keinen besseren hat, zudem entfernt sie halt alle Debuffs, ne. Das heißt, gerade wenn ihr nicht als erstes gehen konntet, äh, und die Gegner euch mit Debuffs, dass sie halt eure Verteidigung runtergesetzt haben, euch vergiftet haben oder sonst irgendwas, und das ist auch ja gerade beim, ähm, Clan-Boss halt auch zum Beispiel wichtig, oder in, in den Dungeons, wo halt, wo ihr Gift bekommt, wie zum Beispiel bei der Spinne. Sie kann dieses Gift runternehmen und macht, das macht sie unheimlich wichtig. Das ist dann halt quasi meine Nummer 3, ähm, und wenn wir schon mal hier sind, haben wir natürlich auch Knallhorn oder ein Deutsch-Graubart. Ähm, viele schwören auf ihn, ich finde ihn nicht so gut. Ähm, wenn ihr ihn aber bekommt, und ihr habt halt einfach im Moment auch nichts Besseres, lohnt es sich auf jeden Fall, ihn ein bisschen fertig zu machen, weil er halt ein Tank sein kann, ähm, und er hat halt die besondere Fähigkeit, dass er die Gegner einfrieren kann. Ähm, was ein besonders starker CC ist, gerade am Anfang, wenn die Gegner nicht dazu kommen, ihren Zug machen zu können, weil er sie eingefroren hat, ähm, kann er durchaus scheinen, aber er muss halt dafür sehr viel Genauigkeit haben. Sollte man auf jeden Fall in Anbetracht ziehen, ich habe ihn erstmal aber nur als, ja, als Nebenbei-Erwähnung, weil mein Augenmerk da Liebe auf Spirit-Host ist, oder den anderen Erwähnten, aber er wäre auch auf jeden Fall nicht verkehrt. Ich gehe nochmal zurück ins Ödland, wenn es euch an Damage-Dealern mangelt, ist auch der Berserker eine Hilfe. Er ist halt ein reiner Angriffschampion, und seine Hauptaufgabe ist auch wirklich Schaden zu machen. Er hat halt einen starken AOE, der 20% des Death-Werts, äh, ignoriert, wenn man ihm dann die Sterne gibt, und das ist enorm stark, damit kann der ordentlich raushauen. Ähm, zudem hat er die Möglichkeit, wenn ihr einen Gegner tötet, dass er automatisch noch eine zweite Runde dazu bekommt, und wenn ihr einen Gegner in der Arena habt, der, ähm, zum Beispiel die gegnerische Affinität ist, also Rot, dann, ähm, kann er mit diesen, er kann ja quasi einen killen, hat eine Zusatzrunde, und kann dann nochmal kritisch schaden gegen einen weiteren, und, ja, er kann halt ordentlich Schaden machen, zudem hat er halt, ähm, die Fähigkeit, sich selbst schneller zu machen, indem er, wenn er kritisch trifft, seinen Rundmeter auffüllt, und wenn ihr am Anfang, wenn es euch so ein bisschen an Schaden mangelt, und ihr bekommt Berserker, ähm, das ist definitiv dann quasi mein Platz 4, Mein Platz 5 bekommt einer der Champions, die ihr zuerst farmen könnt, oder an denen ihr, äh, schon sehr früh rankommt, und zwar ist das, äh, Valerie, die sogar schon im Ersten, ja, das ist Valerie, ähm, ein unheimlich, ja, der kann unheimlich was einstecken, ähm, also während die anderen Champs dazu sorgen, dass die Gegner schneller down gehen, sorgt die dafür, ähm, dass euer Team am Leben bleibt, durch ein sehr starkes Schild, ähm, zudem hat sie halt nochmal eine Aura, die speziell für die Fraktionskämpfe, die ja wichtig sind für die Glyphen, ähm, nochmal die LP steigert um 22%, was für einen, ähm, seltenen Champ nicht schlecht ist, aber halt unter der Bedingung, das zählt halt nur in der Fraktionsgruppe, und, ähm, sie kann auch ein bisschen Schaden machen, bufft euch mit dem Angriffssteigerer, was immer sehr gut ist, äh, und bufft auch das ganze Team, was halt wichtig ist, und nicht nur sich selbst, ihre A1 ist halt grottenschlecht, deswegen ist sie bei mir auch nur, äh, halt ganz unten angesetzt, quasi als Platz 5, aber wer sie hat, sollte sie auf jeden Fall fertig machen, weil sie auch in meinen Augen besser ist, als die Kriegerpriesterin, die ihr geschenkt bekommt, und, ähm, da solltet ihr dann auch auf jeden Fall tauschen, wenn ihr sie bekommt, und natürlich, wir kommen natürlich nicht darum herum, The Honorable Mention, Schildwächter, ähm, habt ihr genauso Pech wie ich mit euren Schads, und ihr habt einen Schildwächter, und egal wo ihr ihn bekommt, nehmt ihn definitiv mit, levelt ihn definitiv, und, ja, buckt ihn so schnell ihr könnt, und das wird halt sehr schnell passieren, was ihm ungemein hilft, so dass ihr schon am Anfang, im Early Game, einen sehr starken Champion habt, ähm, der quasi nichts kostet, und, ja, euch auf jeden Fall einen Schritt weiter bringen wird. Das war jetzt so der Progress von Tag 3, ich hab noch ein bisschen was zu tun, eventuell, äh, scream ich heute Abend nochmal ein Stündchen auf zwei, und wir machen zusammen weiter, ich hab euch nochmal die besten Champions gezeigt, die ihr erfahren könnt, die solltet ihr auf jeden Fall auch nicht vergessen, und auf jeden Fall mitnehmen, wenn ihr die Optionen und die Ressourcen habt, und, ja, wir sehen uns dann wieder, wenn's weitergeht, und, äh, wenn ihr mitmacht, erzählt mir doch einfach mal, wo seid ihr jetzt gerade? Euer Starter Champ, habt ihr den schon auf 50 gebracht? Ich würde gerne wissen, habt ihr Glück gehabt bei euren Charts, ähm, vielleicht direkt der erste Blower, den ihr bekommen habt, war dann epischer für euch dabei, es interessiert mich einfach, lasst's da, schreibt's mir in die Kommentare, sagt mir mal Bescheid, wie weit ihr jetzt gekommen seid, und wir sehen uns dann bei den kommenden Videos wieder, haut da rein, und, ciao. Outro 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 Outro